Und damit sind wir wieder zurück bei Let's Play Half-Life. Entschuldigung, das Original aus unserer Endlesergeilen Retro-Kategorie. Ja, sorry, Stimme, musste mal wieder Geld werden. Und wir haben schon gesehen, ein Soldat, der ziemlich böse war. Der hat erst einen Wissenschaftler schossen und dann wollte er uns erschießen. Aber wir werden sehen, wir fahren jetzt mit dem Fahrstuhl auf. Wir sind gespannt, wie Schmitz Katze. Granate? Das war eine Granate. Ach, wie cool. Okay. Das ist schon gescheit. Das ist schon gescheit. Das ist schon gescheit. Das ist schon gescheit. Fuckin' Shit. Alter. Hier, da muss ich mich noch erstmal gewöhnen. Was ist denn das andere Ding für eine Secondary? Ah, gut. Meine Fresse. Okay, ich kann die Dinger glück die Augen. Okay. Alte Verwaltung. Jetzt geben wir hier nur die Aliens auf den Keks. Und unsere eigene Marines. Fick die Hölle. Ja, geht's los, ja. Raumreparatur-Team, begeben Sie sich zur Kommando- und Kommunikationszentrale. Ach, du Fick. Geht in meine eigene Raumzeit. Nichts. roph términ. Okay. Ich weiß, was ich eingefle réponse? zung? Wie sollst du jetzt hier aus? Ah, im Miss... Ich habe einen Weg in den Kanten. Puh. Ich glaube, wir haben so einen guten Anzug. Ah, hier können wir über die Förder... ...man. Aber die Förderbänder schleichen. Dann machen wir das mal. Schleiche ich, schleiche ich. Ech, äh, okay, 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 okay. Ja, zackerni, ja wiesz. Der hatte wahrscheinlich dieselben Gedanken. Nein, ich mag es nicht gut, dann. Okay, ach da, mit dem Gehschblusti. Okay. Alter, ich schreibe schon nicht mehr hier aufschneiden. Okay, okay, okay. Yes. Leute, rennt nie. Was machst du? Was zöle? Ne, kommt. Ihr elenden Arschkranken. Oh. Dich hätte ich ja weiter gesehen, Schnucki. Eieiei, was ist denn hier los? Fucking shit. Da wollen die alles verduschen hier. Die wollen alles verduschen, sag ich euch. Das wollen die. Alles verduschen. Ja, Schnucki, ich glaube, hat mir das reingehaut. Na ja. Eigentlich war es für meinen Anzug. Ja, was gesagt, ist denn was? Ah, Mensch. Ich hab nur hier noch 250. Okay. Warte mal, das hat's dann noch. Rücken. Das sag ich schon. Jetzt komm ich langsam hier ins Ballerfieber, wa? Ach, die hat er schon schnell umgebracht. Sehr gut. Da war ich wieder vorsorglich. Der Cooper, wa? Vorsicht ist besser als nachbeugen. Das sieht ein Abkörner oder was? Alter. Nichts tippe. Das hat gefatscht. Dann kommen wir die mal gleich mit Granaten. Das muss ja noch so ein Arschloch sein. Energie jetzt auf 45%. Das ist ja 50%. Blah, blah, blah. Damit schon von uns gekommen. Nice. was denn granate weg die helle hat sie aufeinander gefickt okay die musik kann man lauter machen und speichenspiel man schiebt ihn hier rum oh fuck ich wollte ok da war ich tot tak Shit, dumm ist nein! Optionen! Audio MP3 Verschied ist eine Option rum, oder? Ja Verschied ist ein Der Fall wenn wir heute damit ich rauskomme fucking shit die wurden hier runtergelassen Hm. Fuck. Das ist fies. Kommst du runter oder was? Kommst du wieder, weißt du? Leck mich. Alter, wo war halt so Scheiße? Boah, ist das fies. Und jetzt war das Schwäbse. Alter. Alter, war das fies. Oh, da musst du erst mal raten, wo der langen muss. Wie ist es wieder... Die Lagerding. Scheiße. Ja, ja. Jetzt sind wir wieder an der Stelle. Oh nein. Verdammte Kacke. Oh nein. 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 Sog erusta. Oh nein. Oh no. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Na, ja. Das war ein bisschen doff. Das ist jetzt aber rumgeballert. Man muss ja erst mal wieder das üben. Aber ob ich das noch irgendwie hinkriege. Oder nicht. Das würde ich sagen, das seht ihr spätestens in der nächsten Folge. Denn das hier ist ein guter Cliffhanger. Egal. Ihr wisst ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr nichts... Wenn ihr nichts verpassen wollt, klickt aufs Glöckchen. Und ansonsten, sagt der Michael Cooper, das nicht. Aber sonst wie immer. Nein. Da. Tschauili. Das hier ist ein cooler Ding. Ich bin... Das hier ist ein ... Das hier ist ein cooler Ding. Das hier ist ein cooler Ding. Untertitelung des ZDF für funk, 2017